Liebe Community, heute haben wir den 11. Juli 2020. Auch wenn Sie jetzt den Anschein haben mag, halte ich jetzt keine staatsmännische Rede. Dazu bin ich weder befugt noch qualifiziert. Aber ich habe diese Form der Präsentation gewählt, weil ich mir größte Sorgen mache. Und diese Sorge gilt unserer schwer angeschlagenen Demokratie. Ich bin begeisterter Österreicher, aber kein Nationalist. Ich war einfach immer dankbar dafür, in diesem Land leben zu dürfen und unglaublich stolz auf unser demokratisches Österreich. Das gilt aber auch im gleichen Maß für unser Nachbarland Deutschland, indem ich, wenn man das so sagen kann, berufsbedingt seit über zehn Jahren eine zweite Heimat gefunden habe. Ich bin also, und das sieht man auch hier, dankbarer Gastarbeiter in Deutschland, das mir meinen Migrationshintergrund noch nie vorgehalten hat, sondern mich freundlich, wohlwollend und offenherzig aufgenommen hat. Und ich habe eine wunderbare Frau, die aus Deutschland stammt. Ich habe also viele Gründe, Deutschland dankbar zu sein. Ich bin aber auch überzeugter Europäer und sehe in diesem Schulterschluss verschiedenster Länder nicht nur eine eminent wichtige friedensfördernde Maßnahme, sondern auch eine unvergleichbare kulturelle Bereicherung. Nicht zuletzt bin ich aber Erdenbürger. Die Internationale Gesellschaft für Reisemedizin hat mir die Gelegenheit gegeben, mich weltweit zu vernetzen. Wir sind so etwas wie eine globale Familie. Und in dieser Gesellschaft habe ich nicht nur Berufskollegen, sondern auch viele Bekannte, ja auch enge Freunde gewonnen. Diese Feststellungen sind mir als Einleitung unter anderem deswegen auch so wichtig, da einige weit rechts stehende Gruppen gemeint haben, meine bisherigen Aussagen dahingehend umdeuten zu können, dass diese ihren Zwecken dienen. Der Umgang mit Corona aller Parteien führte und führt auch jetzt noch immer uns allen das eklatante Defizit ihres Demokratieverständnisses vor Augen. Das gilt nicht nur für die Regierungsparteien, sondern im gleichen Maß auch für die Oppositionsparteien und nicht nur für Österreich, sondern für viele sogenannte Demokratien, einschließlich all jener im deutschsprachigen Raum. Wer, ehrlich gesagt wer, hätte sich noch vor einem halben Jahr gedacht, dass es heute bei uns hier möglich wäre, dass Leute angepöbelt, ja notfalls aus Kirchen auf Polizeiwachen geschleppt und stundenlang festgehalten werden, weil sie keine Maske tragen. Personen wegen freier Meinungsäußerung, wie zuletzt eine von mir sehr geschätzte Kollegin in der Steiermark, vom Dienst suspendiert werden oder, wie in manchen staatsnahen Betrieben einschließlich der Medien, offene Drohungen ausgesetzt sind. Alte Leute von ihren Angehörigen nicht mit der gebotenen Zuwendung, ja zum Teil gar nicht am Ende ihres Lebens begleitet werden dürfen. Künstler ohne jede soziale Absicherung plötzlich zu Bittstellern degradiert werden, weil man ihnen grundlos ihre Lebensgrundlage entzogen hat. Düchtige Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet und sich etwas aufgebaut haben, schuldlos vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Besonnene und kritisch denkende Menschen offen diffamiert werden, wobei auch Kampfbegriffe zum Einsatz kommen. Personen auch vor den Augen, da zum Teil durch die Exekutiv persönlich, körperlich attackiert werden, Andersdenkende durch die Einweisung in eine Psychiatrie bedroht werden und die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, nämlich Kinder, Kranke und Personen mit Einschränkung ihrer geistigen Fähigkeit mit unsinnigen Vorgaben konfrontiert werden, die schon von reflektionsfähigen Menschen wie von uns nicht nachvollziehbar sind. Wie unendlich traurig muss es sein, Personen in Pflegeeinrichtungen wieder und wieder den Weg ins Freie oder den Kontakt zu liebgewonnenen Mitbewohnern untersagen zu müssen. Oder Kinder, die von ihrer Tante im Kindergarten ohne ersichtlichen Grund nicht mehr mit gleicher Liebenswürdigkeit begrüßt werden dürfen oder auch im Kindergarten zurückgelassen werden müssen und das weinend, weil sie ihr Kuscheltier zum Beispiel nicht mit hineinnehmen dürfen. Hier zeigen die Repräsentanten des Staates ihre menschenverachtende Fraze. Wie aus jüngsten Daten ersichtlich hat die Selbstmordrate nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland um 62 Prozent zugenommen. Die Selbstmordversuche haben sich verdreifacht. In Kalifornien gab es in einem Monat so viele wie sonst in einem ganzen Jahr. Und es werden unter den Corona bedingten Verzögerungen bei Diagnostik und Therapie noch viele Menschen leiden und manche in der Folge auch sterben müssen. Wichtige Frage, wiegt denn ein sogenannter Covid-19-Toter schwerer als ein anderer Todesfall? Wie lange wollen die Regierungen die Bevölkerung noch für dumm verkaufen und alle Glauben machen, dass ein Virus von der Qualität eines SARS-CoV-2, das in Österreich eine geringere Übersterblichkeit produziert hat als die Grippewellen zum Beispiel in den Saisonen 2014-15 oder 2017-18 eine Rechtfertigung für die Abschaffung der Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit und auch des Selbstbestimmungsrechts wäre. Bitte vergessen Sie irgendwelche präsentierten mathematischen Modelle, die dafür herangezogen werden, dass irrationale, unverhältnismäßige und von allem Anfang an fragwürdige Vorgehen als rechtmäßig darstellen zu wollen. Viel mehr zeigten die Fallzahlen bereits vor dem Shutdown fallende Tendenz. Und die Regierung ist uns noch immer die saubere Darstellung der Daten schuldig. Noch immer wird nicht zwischen Infektionen und Erkrankten differenziert. Noch immer erfährt man nicht, wer von den Erkrankten zur Behandlung stationär aufgenommen werden musste, wer intensivpflichtig und wer letztendlich auch beatmungspflichtig geworden ist. Es gibt darüber hinaus auch nach wie vor keine wissenschaftliche Evidenz für die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen wie Social Distancing oder auch für die Maskenpflicht. Perfiderweise veröffentlichten staatsnahe Medien in Deutschland gerade in diesen Tagen eine Umfrage des ZDF, wonach die Zustimmung der durch dieselben Medien indoktrinierten Bürger hinsichtlich der Maskenpflicht bei über 80 Prozent liegt. Betrachtet man aber die Umsetzung dieser Anordnung, das heißt wie und wann Personen welche Art von Masken tragen, muss eigentlich jedem klar sein, dass es sich dabei bestenfalls um eine Alibi-Aktion handeln kann. Wie sollte denn das überhaupt eine Infektion verhindern können? Und letztlich liegt die Tödlichkeit berechnet nach mittlerweile besserer Qualität verfügbarer Daten, liegen die Infektionszahlen bei ungefähr 0,1 bis 0,4 Prozent. Also eigentlich genau in dem Bereich einer durchschnittlichen Grippewelle. Und eine umfassende, hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung war nie, auch nur im Ansatz, gefährdet. Erwiesenermaßen wurden Worst-Case-Szenarien konstruiert, lokal dramatisch anmutende Situationen kritiklos, generalisierend als zu erwartendes Modell dargestellt, Zahlen durch unkorrektes Vorgehen künstlich dramatisiert, Diskussionen in öffentlichen, staatsnahen Medien konsequent unterbunden und Personen offiziell zum Denunzieren abweichender Mitbürger aufgerufen. Interessanterweise haben die gleichen Personen, die nun den Staat in diese Richtung lenken, noch vor kurzem derartiges Verhalten strengstens verurteilt und sind nicht müde geworden, vorwurfsvoll auf jene Länder zu zeigen, wo Freiheiten welcher Art auch immer spürbar eingeschränkt waren. Die Folge der aktuellen Vorgaben waren und sind Angst und Panik, ein Volk in Schockstarre und, und das liegt vielleicht sogar am schlimmsten, ein gigantischer Vertrauensverlust in unser Staats-, Wirtschafts- und Rechtssystem, gepaart mit oftmals berechtigten Zukunftsängsten, die allesamt durch immer neue Drohungen wie zweite Welle, neuerlicher Lockdown, drohende Insolvenzen, prolongiert und befeuert werden. Wir müssen uns alle dessen bewusst sein. Wenn wir diese Regelungen in diesem Kontext unwidersprochen hinnehmen, öffnen wir dieser Methode für die Zukunft Tür und Tor. Erreger der Qualität von SARS-CoV-2 hatten wir schon wiederholt und werden wir auch in Zukunft regelmäßig wieder isolieren und haben. Denken Sie beispielsweise nur an die nächste Grippewelle. Dass es möglich ist, in Ländern wie Österreich, Deutschland und dem Bollwerk, dem Paradebeispiel der Demokratie, nämlich der Schweiz, unter dem sachlich nicht einmal ansatzweise begründeten oder begründbaren Vorwand der Schutzbedürftigkeit der Bevölkerung, handstreichartig die Demokratie außer Kraft zu setzen, macht mir Angst. Und ich habe realisiert, die Demokratie ist kein Selbstläufer. Glücklicherweise ist es gelungen, mit einigen wunderbaren und sehr unterschiedlichen Menschen hier in Österreich das Netzwerk Respekt zu begründen. Dankenswerterweise haben alle konstruktiv dabei mitgewirkt, einen Ehrenkodex zu entwickeln, der für alle, die im Namen des Netzwerks aktiv sind, verbindlich und nicht verhandelbar ist. Jeder dieser Buchstaben steht für einen Kernbegriff. R für Respekt, E für Ehrlichkeit, S für Selbstbestimmung, P für Pazifismus, das zweite E für Ethik, K für Kultur, T für Transparenz. Die damit assoziierten Qualitäten können Sie auf der Homepage unter dem Begriff www.respekt.plus gerne nachlesen. Die beiden ersten Aktionen dieser Plattform waren wie folgt. Erstens haben wir einen offenen Brief an vier Vertreter der österreichischen Bundesregierung, namentlich Herrn Bundeskanzler Kurz, Herrn Vizekanzler Mag. Kogler, Herrn Gesundheitsminister Anschober und Herrn Innenminister Mag. Nehammer gerichtet. Den Inhalt dieses Briefes möchte ich Ihnen nun zur Kenntnis bringen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz, Leonding, den 3. Juli 2020, waren die ersten offiziellen rigiden Maßnahmen als Reaktion auf die vermutete Gefahr zwar in gewisser Weise politisch verständlich, so wurde versäumt, kompetente Stimmen ernst zu nehmen, die davor warnten, in der Öffentlichkeit Angst zu verbreiten und die Gefahr dieser Viruserkrankung zu übertreiben. Mit großen Befremden erleben wir seither, wie statt einer wissenschaftlich fundierten, fairen und transparenten Auseinandersetzung mit dem vielschichtigen Thema politische Entscheidungen willkürlich getroffen werden und gleichzeitig von der offiziell abweichenden Sichtweisen abgewehrt und ihre Vertreter diskreditiert werden. Die Grundrechte außer Kraft gesetzt, den öffentlichen Raum erstickt, die Volkswirtschaft beschädigt, soziale Gegensätze verschärft, unmenschliche Kulturtechniken erzwungen. Die Bilanz nach zwölf Wochen Lockdown ist verheerend. Die dafür Verantwortlichen müssen sich die Frage gefallen lassen, wie es dazu kommen konnte. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des österreichischen Gesundheitssystems war unter Beobachtung der epidemiologischen Situation bei verantwortungsvoller und sachlicher Bewertung schon frühzeitig erkennbar, dass der befürchtete Kollaps des Gesundheitssystems ausbleiben würde. Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten lag unter 10 Prozent. Die Zahl der Neuinfektionen war bereits in der zweiten Märzhälfte rückläufig, bevor der sachlich völlig unnötige Lockdown überhaupt greifen konnte. Das Verbot von Massenveranstaltungen hatte bereits gewirkt. Alleine hierdurch wurde die Ausbreitung nach einer Studie, die im angesehenen Wissenschaftsjournal Science veröffentlicht wurde, in etwa halbiert. Bald war vielen kompetenten Epidemiologen und anderen angesehenen Fachleuten klar, dass ein Lockdown zu keinem Zeitpunkt notwendig oder auch nur gerechtfertigt war. Im Gegenteil, er war politisch überschießend und verursachte in medizinischer, psychischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht schwere Schäden. Gegen besseres Wissen wurde über Politik und Medien Angst in der Bevölkerung geschürt, um vor den wahren Schäden des Lockdowns abzulenken und die getroffenen Entscheidungen nicht sachlich rechtfertigen zu müssen. Noch eine Woche nach Überschreiten des Zenits bei den Neuerkrankungen wurden Zehntausende von Toten und der unmittelbar bevorstehende Zusammenbruch des Gesundheitssystems verkündet. Bis heute fehlt eine öffentlich zugängliche Dokumentation der Daten, aufgrund derer die Entscheidungen getroffen wurden. Wir, die Unterzeichnenden, sind der Auffassung, dass die offiziellen Informationen nach wie vor unnötigerweise Angst verbreiten und dass die vielschichtigen, aber absehbaren Folgeschäden der Maßnahmen in den Überlegungen zu kurz gekommen sind. Da sind zuallererst die medizinischen Kollateralschäden zu nennen, die entstanden und noch lange nicht behoben sind, weil fast drei Monate lang notwendige Behandlungen mit Verweis auf Covid-19 nicht durchgeführt wurden, ja zum Teil nicht werden konnten. Dazu kommen massive Einschränkungen im Kultur- und Vereinsleben und die unabsehbaren psychosozialen und wirtschaftlichen Schäden mit ihren unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen. Vereinsamung, sprunghafter Anstieg von Arbeitslosigkeit, unmittelbarer Einkommensverlust und Belastungen durch Wegfallen von Schule und Kinderbetreuung haben vor allem die sozial Schwächeren unserer Bevölkerung getroffen und werden noch lange nachwirken. Den Blick nach vorne gerichtet erhoffen wir von den Verantwortlichen die Einsicht, überschießend reagiert zu haben und die Bereitschaft, unsere Grund- und Freiheitsrechte umgehend, vorbehaltlos und vollständig wiederherzustellen. Zudem sollten aus der Corona-Krise dauerhafte Lehren gezogen werden. Die Gesundheitsversorgung muss auch für zukünftige PAN und Epidemien gerüstet sein. In diesem Sinne treten wir für einen inklusiven und solidarischen Umgang miteinander und für eine am langfristigen Wohl der Bevölkerung orientierte Politik im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 ein. Wir fordern keine neue oder alte, sondern eine verfassungsmäßige, demokratische und zukunftsorientierte Politik. Dieser Brief wurde von zahlreichen Persönlichkeiten unterzeichnet. Diese Liste wie auch den Inhalt des Briefes können Sie gerne noch einmal auf der Homepage der Plattform Respekt nachlesen. Zweiter Punkt. Wir haben auf der Basis dieses Briefes eine Petition im Internet gestartet und untersuchen um rege Beteiligung. Manche von uns haben persönlich erfahren, was es heißt, sich derzeit offen, kritisch zum Vorgehen unserer Bundesregierung zu äußern. Somit habe ich und haben wir volles Verständnis dafür, dass es aus diesem Grund manchen Personen auch aus existenziellen Gründen noch nicht möglich ist, sich aus der Deckung zu wagen und diese Petition offiziell zu unterstützen. Wichtig! Es gibt auch die Möglichkeit, die Petition ohne namentliche Nennung zu unterzeichnen. All jenen, denen das noch zu unsicher ist, möchten wir versichern, dass für uns, wie wir dankenswerterweise auch schon in der Vergangenheit erleben durften, auch eine rein moralische Unterstützung sehr wichtig ist. Gibt sie uns doch das Gefühl, trotz aller politischer und medialer Widerstände für viele Österreicher das Richtige zu tun, ja vielleicht sogar eine Vorbildwirkung für andere Länder zu haben. Wichtig! Bitte unterzeichnen Sie die Petition. Teilen Sie diese, schicken Sie den Link weiter, sprechen Sie mit jenen Freunden und Bekannten darüber, wo man keine Konflikte befürchten muss. An unserem Einsatz für die Demokratie sollen keine Freundschaften oder Familienbande zerbrechen und es ist auch nicht unsere Absicht, Kommunalpolitiker dafür ins Feuer zu schicken, was auf höherer Ebene angeordnet wurde. Ich verstehe, dass es derzeit in manchen Bereichen ein sehr dünnes Eis gibt, wenn man so sagen möchte, dass man persönlich sehr vorsichtig sein muss. Wie ich persönlich nun schon immer wieder auch mitbekommen habe, ist der Druck, sich nicht gegen die Regierungslehne auszusprechen, zum Beispiel in staatsnahen Einrichtungen einschließlich verschiedener Medien enorm. Drittens! Es gibt auch internationale Gruppen, wie zum Beispiel in Deutschland die Ärzte für Aufklärung unter anderem repräsentiert durch Kollegen Schöning in Hamburg, die Aktion Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, unter anderem vertreten durch Prof. Bakhti und die neue Partei von Dr. Schiffmann mit dem Namen Wir2020. Unter den Aktionen finden sich hier unter anderem die Initiative zu einem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss ACU, zu dessen Launch ich als Redner eingeladen bin. Hier bieten sich auch für unsere Plattform Respekt internationale Kooperationen verschiedener Art an. Für sehr lange Zeit, für manche schon das ganze Leben, war ein demokratisches Österreich und das gilt gleichbedeutend auch für Deutschland und die Schweiz, für uns alle da. Dafür hatten viele Generationen unter großen Entbehrungen und gegen zum Teil massive Widerstände, ja manchmal sogar unter Lebensgefahr gekämpft. Jetzt stellen wir fest, Demokratie ist kein Selbstläufer. Österreich, Europa, ja praktisch alle Demokratien, vielleicht überhaupt alle Länder der Welt brauchen jetzt unsere Hilfe und Unterstützung ein unübersehbares Zeichen. Mit anderen Worten, es geht um nicht weniger und nicht mehr als das Überleben der Demokratie auch in unseren Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Liste zu den unterschiedlichen Gruppen und Aktivitäten sehen Sie bei der Beschreibung hier unten aufgelistet. Gehen wir es an, retten wir unsere Demokratie. Ich wünsche uns allen bei diesen Unterfangenen viel Erfolg und vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Gehen wir es durch als